Jaaaah! 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 Hallo, ihr bekannt seid draußen und herzlich willkommen zu einer weiteren Runde Syndicate Games auf meinem Kanal mit dem Zaytani. Und ich glaube, da bin ich, hallo, und die erste Folge von Syndicate Games auf meinem Kanal von mir. Gut, dann natürlich direkt mit einem ehrwürdigen Gegner. Ich würde sagen, wir gehen einfach hier mal in die erste rein. Okay, 3, 2, 1, go! Sind wir in einer... Ja, perfekt. Ich weiß nicht, ob das jetzt daran liegt, dass wir eine Party erstellt haben oder ob das einfach eine Glückssache war. Wir wissen es nicht. Okay. Ich habe schon mal schlechte Items. Ich habe auch ganz schlechte Items schon mal. Das ist so ein... Mal gucken. Wer hier wirklich dann schlechte Items hat. Das ist die Frage. Das werde ich ja dann in deiner Aufnahme sehen. Ey, das ist gewiss lustig zu gucken dann auch, so jemand sich so bettelt. Oh Mann, wenn du ein besseres Internet hättest, könntest du mir deine Aufnahme senden. Oh, dann könnten... Und dann könnten wir... Wollen wir das mal versuchen, wenn du die in... Wenn du die in 480p renderst? Das könnte man mal versuchen. Ja. Wie lange dauert das dann? Uff. Rendern dauert ja nicht so lang, aber hochladen. Ja, müssen wir mal gucken, ne? Wie lange dauert bei dir so ein... Was? Downloaden? Downloaden dürfte ja auch nicht so lange dauern. Downloaden geht völlig klar. Also ich brauche für ein Gigabyte. Hey, wie komme ich denn von dieser Insel weg hier? Ne, wir können mal gucken. Vielleicht seht ihr das jetzt. Wenn nicht, dann schade. Mann, du kleiner Spacko! Du Spacko! Ja! Ja, Junge, da habe ich ihn. Mann! Ah, Mist. Jawohl, die erste Runde ging, schauen wir völlig an mich, würde ich sagen. Wollen wir einfach mal Best auf... Ne, wir gucken einfach mal. Wir spielen einfach mal ein paar Runden. Jetzt irgendwie nicht Best auf so und so viel, weil es kann ja sein, dass es 3-0 ausgeht und dann wäre es recht schnell zu Ende. Weil ich irgendwie heute noch nichts auf Reihe gekriegt habe, was BVP angeht. Okay, wir sehen uns in der nächsten Runde. So, da sind wir wieder. Zweite Folge hier, zweite Runde. So kann man sagen. Ist ja irgendwie... Du stehst jetzt schon 8 zu 6, ist dir das bewusst. Ach. Es ist nicht mehr so top. Hä, 8 zu... Ach so, ja. Hä, hab... 8 zu 6, habe ich schon 6 Niederlagen in dem Spiel? Ja. Nein, das kann doch nicht sein. Ich hatte mal... Ich hab 8 zu 0. Ach, wahrscheinlich, wenn du gelieft bist. Ach, das... Oh Mann, damit machen wir sie natürlich KD kaputt. Ach, schade. Naja, egal. Scheiß drauf. Ja, so häufig spiel ich ja hier nicht auf dem Server. Oh. Ich seh deinen Namen definitiv, aber... Leider habe ich nicht die allerbesten items, sodass ich jetzt kämpfen könnte. Und da kommst du! Nein! Nein! Oh. Hast du schon ein Schwert? Das wüsstest du wohl gerne. Wo bist du jetzt weg? Oh Mann. Komm doch her. Komm doch her. Oh fuck, ich muss jetzt unbedingt schnell ein Schwert finden, weil du hast ein Schwert. Ich will dich jetzt töten. Komm doch zu mir hin. Ey, ohne Spaß. Ich hab jetzt Rüstung ohne Ende. Ne, eigentlich nicht ohne Ende. Aber es gibt doch irgendwie eine bestimmte Anzahl von Schwertern, oder? Ja, wahrscheinlich hast du die einfach, oder? Wer weiß, wer weiß. Ey, ist das jetzt ein Witz? Ich hab hier so viele Thronen gefunden, ich hab immer noch kein Schwert. Ja, jetzt hat er eh eins gerade gefunden. Ne. Ah, ich hab dich gesehen. Du bist auf der richtigen Seite. Ah, jetzt find ich die, mein Freund. Ich seh dich, mein Freund. Komm doch her. Nein, du warst an dieser Thron! Oh, du bist ein kleiner Spack. Komm, Mann, ich hasse dich. Du hast kein Schwert? Willst du dich eigentlich verarschen? Nein. Nein, jetzt. Oh, ich bin so. Nein, 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 nein. Ich hab bessere Rüstung. Darauf baue ich. Nein, ich bin so dumm. Ich bin so dumm. Sie ist nicht bei mir. Ja, jetzt ist. Nein. Dass du unter mir auf einmal warst, das war so bitter. Nein. Wie steht es denn jetzt? Genau, eins, eins in der Gesamtwertung bei uns. Ah, wir können ja jetzt eigentlich wieder in eine Runde gehen. Genau. Das geht ja schnell. Okay, und weiter geht's mit der nächsten Runde. Wir sind in der Map Winter. Und jetzt wird dir erstmal hier alles weggebumst. Neue Runde und neues Glück für mich. Denn ich hab eben die Runde leider, leider verloren. Ja, passiert. Das lag einfach daran, da ich kein Schwert hatte, der Bugi zu bauen. Aber hey, er hat halt bessere Rüstung. Der bessere Faustkämpfer bin ich. Ja. Das wird ich fühl, Junge. Ja, ich fühl mich jetzt richtig Baba, Alter. So übel krass. So, jetzt hab ich auch ein Schwert, mein Freund. Und du wahrscheinlich nicht. Ja. Ich bin der Baba. Nein, bin ich natürlich nicht, weil ich bin ja nicht arrogant oder so. Und mein hakt einfach rum. Mein Minecraft hakt einfach rum. Dein hakt einfach rum. Es hakt einfach rum, ey. Sure. Schwertlahn, Junge. Schwertlahn. Ach, scheiße, man kann hier keine Blätter abbauen. Darauf hab ich gerade gebaut. Oh, das war aber dann natürlich nicht so schön. Oh, ich hab ein Diamantschwert. Wie? Ich hab zwei Diamanten und einen Stick. Was? Jetzt muss ich natürlich erstmal craften. Wo sind denn hier Werkbänke? Das wüsstest du wohl gerne. Ja, weil dann würde ich dich nämlich da abfangen. Nein! Oh, was? Kombo, Kombo, Kombo. Ja, nein! Ja! Junge, habt ihr das gesehen? Kombo, Kombo. Oh, Mann! Ja! Oh, Mann! Oh, Mensch, scheiße! Okay. Ja, cut. Das gibt's ja nicht, ey. Ich ignorier das jetzt einfach. Nächste Runde jetzt weiter. Scheiß, KD jetzt, Alter. Scheiß, KD. Und weiter geht's mit dieser Runde. Zertani hat eben glücklich gewonnen. Junge, verdient. Oh, scheiße. Jetzt liegen meine Haare nicht mehr. Oh, ich hab ja den scheiß Spawnpunkt. Jetzt liegen deine Haare nicht mehr. Nee, ich hab die gerade richtig getroffen. Was ist ein Gamer? Was ist ein Gamer? Ich hab nen scheiß Spawnplatz. Ich hab null Truhen am Spawn gesehen. Hä? Doch, da sind welche. Du hast nen geilen Spawnpunkt. Kennst du die Map nicht? Nö. Hat doch einer gespielt, aber ich kenn hier... Boah, ich dachte schon, du wärst bei mir. No, nicht in Lover, nicht in Lover, nicht in Lover. Junge, ein Heuferzen. Ja. Nein. Ah, besser gemacht. Wieso hast du denn nicht gebr... Wieso bist du denn nicht verbrannt da? Ich weiß es nicht. Ich weiß... War ich? Oder bist du da drüber gesprungen oder so, ey? Ich bin rüber geflogen. Ich bin rüber geflogen, mein ich. Alter, die Map, die ist so klein, ey. Wie viel steht's denn jetzt? 2-2, oder wie? 2-2. Ich würd sagen, noch eine Entscheidungsrunde. Okay, und weiter geht's mit der Runde? Jo. Ich hab wahrscheinlich wieder einen kleinen Cut reingeballert da. Ja, Pfeile hab ich schon mal. Hier sind auf jeden Fall Truden bis zum Gehtnichtmehr. Ja, 10 Pfeile hab ich, aber keinen Bogen. Das ist ein wenig traurig. Ich hab schon mal ein Schwertchen, um dich mal hier auch zu spoilern. Okay, ich kann so viel sagen, ich hab noch keins. Ach, was packt da jetzt. Was hier ja auch entscheidend ist, dass man auch dem anderen die Schwerte wegnimmt. Ja, das definitiv. Weil das ist fatal, wenn man das nämlich nischt tut. Ah, hier warst du schon und ich... Das ist ein bisschen doof für mich, natürlich jetzt. Und du bist... Nicht unter dir. Da kommt der frische Satani. Hab ich getroffen? Ich lauf jetzt weg, ich lauf jetzt weg, ich lauf jetzt weg, mein... Mein Freund, ich lauf weg. Ich... Oh nein, das war nicht gut. Das war nicht gut. Wenn ich verschlage, ich muss lachen. Du bist so ein Volk, Depp, ey. Ich war schon ent... Oh nein! Äh, ach! Ja! Der nechte Fehler. Jawohl, und damit gewinnt natürlich Satani. Wer hätte es denn vorher nicht anders erwartet? Niemand da draußen, niemand. Oh man, scheiße. Ich hab nämlich einfach gewonnen. Ich hatte einfach mal wieder kein Schwert. Ich hatte mal wieder kein Schwert. Jo, das sagen sie dann. Aber du hast ne Eisenrüstung, Junge, ne Eisenrüstung. Mit der Hand konnte ich dich doch aber nicht kaputt schlagen. Ich hatte irgendwie 6, 7 Schwerter oder so gehabt. Nein. Richtig, doch. Ich hab die alle weggenommen. Okay, ich glaub, jetzt hat meine Facecam aufgehört zu... Sie hat aufgehört aufzunehmen. Och, hey. Hat sie überhaupt aufgenommen? Ich guck jetzt mal live. Doch. Professionalität hier natürlich immer dabei. Ja, irgendwann hat sie jetzt aufgenommen. Deswegen ist das Video jetzt beendet. Ja. Ich hab ja sowieso gewonnen. 3, 2. Hier, Leute. Ganz souverän. Locker, easy. Locker, easy. Oi, oi, oi. Also es wird wahrscheinlich ein sehr kurzes Video gewesen sein, weil wir haben jetzt ja nur 10 Minuten aufgenommen, beziehungsweise jetzt 13 Minuten fast. Und müssen wir natürlich auch noch ein bisschen was rausschneiden. Das, was ihr nicht sehen dürft, wo wir über Penisse geredet haben. Nein. Ich muss ja auch schlafen. Ja, wie immer. Okay, dann nach dem Video. Deswegen wenden wir jetzt das Video. Und wir sehen uns in der nächsten Folge. Und lasst doch eine positive Bewertung da, wenn ihr Syndicate Games gefeiert habt. Ja, ich würde sagen, es war richtig spaßig auf jeden Fall. Eskalation pur. Oh, Mann. Wenn du mich in der Kombo hattest du nicht, ich dich trotzdem noch wegkommen. Oh, scheiße, scheiße, scheiße. Naja, 3-2 ist das Endergebnis. Knappe hätte es nicht sein können. Das stimmt. Ja. Und dann würde ich aber sagen, wir sehen uns im nächsten Video. Lass, Nektar, und schaut beim jeweils anderen vorbei, würde ich sagen. Oh, okay, recht. Tschüss.